Immer wieder sonntags grüßt der Ninja und auch an diesem Sonntag ist es wieder soweit. Mark of the Ninja, der nächste Part steht an. Wir müssen Karajan immer noch finden und ich hab keine Ahnung mehr, wo wir stehen waren. Okay, okay, okay. Geh näher ran. Ach ja, wir mussten ja welche verfolgen. Ah, verdammt. Okay, wir müssen wahrscheinlich nochmal von vorn anfangen. Ich glaube, ich lade einfach neu. Was soll's. Ne, neu starten will ich ja nicht. Dann sterbe ich lieber. Beziehungsweise. Du hast ihn verloren. Nein, du verdammter Idiot. So, jetzt aber. Da geht er nämlich. Hatte ich das nicht schon? Doch, das hatte ich schon. Wie hab ich das denn gemacht? Fuck. Geh doch da durch, du Ochse. Ach, scheiß drauf. Dann so. Hab ich das so gemacht? Ich weiß es nicht. Das Tracking-Device ist in diesem Office, aber es ist viel gegründet. Wir müssen einen anderen Weg finden. Finde eine alternative Route. Ähm. Alles klar. Ah, okay, so geht das. Geh mir nicht auf und sag. Geh doch da hoch. Ja, ja. Okay, er geht nicht durch. Er geht nicht durch und ist tot. Super Idee. Ach so, da hat er angehalten. Das ist schön. Alles klar. Boah, ich muss mich erst wieder an diese Steuerung gewöhnen. Das ist halt ein bisschen... ...nervig. Ja, und warum gehst du jetzt nicht da durch? Und was hat er jetzt? Hä? Alles klar. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt speichert er ab. Gott sei Dank. So, kein Problem. Jetzt müssen wir hier durch. Mit der Leiche. Oh oh. Okay. Ey, ich hab ihn doch längst umgebracht. Verdammt nochmal. Ja, willst du mich verarschen? Oh nein, der Hund. Wie lange bin ich denn noch mit dem Himmel? Ah, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Naja, das kannst du mal aufbrechen. Äh, okay, keine Ahnung, was er jetzt gemacht hat. Bringt nix. Ich hoffe, der haut mir jetzt nicht ab. Weil... Oh. Okay, was machen die Strahlen? Die machen... So. Oh je. Haha, das war richtig Ninja-like. Oh, Moment, da will ich aber noch hin. Oh, leise. Ah, da ist er. You can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Mildig, bin nicht mildig, stimmt, ich bring ihn um. Oh. Flee. Ah, wohin? Ich komm nicht mehr da hoch. Hier lang. Ist hier unten was? Ne, Moment, nein. Oh, Moment. Der buch muss weg, okay. Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Lass mal alles ausmachen. Nein. Er ist der Typ. Der Hund ist einfacher. Ja, tut mir leid, aber es ging nicht anders. Nein. So. Hier oben ist zu. Kann man da unten einen Hauner durch? Nee. Okay, ruhig. Okay, das hätten wir auch geschafft. Das ist gar nicht so einfach. Was? Wie soll ich denn da dran kommen? Das ist nicht der richtige Weg. Oh je, oh je. Das war auch knapp. Ich werde mal gucken, was da auf mich zukommt. Ho ho. Meine Güte. und da 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 das nech Okay Missed Okay, dreh dich um Ganz ruhig Oh, wir haben es bis hierhin geschafft Ja wunderbar Ne, brauchen wir nicht hochladen Ja gut Nicht alles geschafft, aber Trotzdem gut Boah, jetzt bin ich wieder in der Steuerung drin Das ist gut Ja Weiter geht's Oh, jetzt können wir wieder uns was aussuchen Aber wir haben ja nur 5 Das ist ja Total doof Die gelben haben wir glaube ich schon Genau in Besitz Der braucht 6, der braucht 6 Der braucht nur 3 Mit diesem Spezialtraining und besserem Werkzeug kannst du Schlösser viel schneller knacken Das ist jetzt nicht ganz so wichtig Das haben wir Das haben wir Warum ist da ein Ausrufezeichen? Komisch Die Aufmerksamkeit von Wachen und was für Das ist nicht so wichtig Das hier Ne, da sparen wir uns die Punkte lieber ein bisschen auf Ja Ja Das haben wir jetzt hier Ok 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 Ich habe ein bisschen Was Ich bin Ich habe eine Lange von Die 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 Das ist Es Ja Die 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 in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. Ah, so this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas. These peasants. They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Oh, Snowy. Yes, sir. All is clear. That's the tower. But it's under heavy guard. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. You remember the story of Sawayama Castle, right? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Okay. Ja. Dann. Schauen wir mal kurz, ähm, auf die Karte. Es geht... In die Richtung geht's nicht weit, aber wir müssen wir in diese Richtung. Unser Ziel ist hier. Durchsuche den Keller. Da oben steckt schon einer. Kommt der nahe genug ran? Ne. Schau. Another equipment cache. Oh, da ist sie. Stachelmine. Lege eine Stachelmine aus dem... Ersten... Was? Nochmal von vorne. Lege eine Stachelmine aus, um die erste Wache zu töten, die darüber läuft. Wirf sie nicht zu nah an Feinde heran, sonst hören sie den Aufprall. Cool. Muss ich das bei ihm schon machen? Eher nicht, oder? Zack. Weg ist er. So. Schade. Müssen wir anders machen. Wie kann ich die denn verjagen? Kann man da was drauf werfen? Was? Was wollte ich da nicht? So. Ja, komm da hin. Ich mach euch alle fertig. So. Hup. Geht nicht. Schau auf die Sensorien. Sie können ihren wenigstens trinken. Also wenn sie sich über dich schrauben, stand still. Ah, okay. Am besten gar nicht erst erwischen lassen, oder? Kein Risiko eingehen. Okay, hier scheint niemand zu sein. Oh, da ist sie wieder. Das war doch hier, oder? Ja, wir sind schon nah dran. Huh. Wer ist, sie hat einen Blatt auf uns zuerst. Sie wissen wie es geht. Sie springen zuerst, wir springen zuerst. Sieht er den da auf der Treppe? Oh, ich glaube der sieht den auf der Treppe. Nein, tu da nicht. Hoho! Ja, der ist jetzt leider ein bisschen aufgescheucht. Aber den kriegen wir ja. Ah, der Hund, verdammt nochmal. So, weg hier. Da kommen wir nicht durch, aber hier oben. Wie war das? Rauchbomben gehen da, oder? Ich glaube da war was mit Rauchbomben. Und zwar direkt hier hinten. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das sollte nicht passieren. Ich habe gar keinen Alarm ausgelöst, Mann. Oh nein. Kannst du etwas tun da? Hau ab, hua ab, hua ab. So. Also, wenn ich hier hochgehe, was ist hier? Äh, hier ist gar nichts. Okay, da gehen wir mal nicht hin. Warum bin ich jetzt so komisch rot? Egal. So, hier nochmal die Rauchbombe. Warte mal, jetzt kurz. Das war knapp. Das war knapp. Genau, hau ab. Ja, das war ein bisschen. Dann habe ich einen Fehler gemacht, aber egal. So. Ah, was haben wir denn hier Hübsches? Das wäre mir doch glatt entgangen. Ich weiß immer noch nicht, warum ich diesen roten Rand jetzt habe. Nächstes Ziel ist auf jeden Fall über mir. Okay. Hier war ja nix. Ich habe irgendwas vergessen. Letztes Mal kam doch der Fahrstuhl runter. Ja, hier. Normalerweise rennt man ja nicht so, aber ich weiß ja, dass hier nix ist. So, hierher. Nein. Nein. Genau. Genau. Zack. Zack. Und hoch. Und jetzt müssen wir wieder ruhiger sein. Okay, suchen wir das. Und wir haben einige Ziele, die wir erfüllen müssen. Oh. Oh. Ah, hat sich ja doch gelohnt der Ausflug dahin, aber hier ist auch sonst nix, oder? Doch, hier kann man oben. So, da ist ein Ziel. Ui. Alles klar. So, hier haben wir die erste Lüftung. Zwei fehlen noch. Wieso fehlen nur zwei? Da sind doch noch voll viele. Eins ist direkt gegenüber. Wieso hast du das gemacht? Okay, über uns. Über uns. Ja, such du mal. Alles cool, alles cool. Nimmst jetzt mal Ruhe hier. Darüber ist gar nichts. Also ist das hier Quatsch, was ich mache? Da ist keiner mehr. Ah, nein. Ach, wieso verdrück ich mich denn so? Wir müssen also doch da oben durch. Moment, einmal den Rauchbaut bitte. So. Oh. Okay, okay, okay. Wie weit kommt der denn? Hallo? So. Feierabend. Feierabend. Stachelmine will ich irgendwie nicht benutzen. Oh, oh. Das war ja doof. Hm? So. So mit dem Schild, ey. So, wo waren die? Da oben waren die. Man kann alle schaffen. Das ist dann so ein Sonderziel. Aber man muss sie nicht alle schaffen. Hä? So komme ich doch gar nicht dahin. Ah, wenn man stehen bleibt, dann passiert ja nichts. Okay. Gehen wir oben rum. Oh, wo ich sie. Oh. Auch schon erledigt. Da kommt man doch gar nicht hoch, oder was? Man muss da hoch. Hier hoch. Da lang. Komm. Oh, oh. Oh nein. ich lieber kurz nach oben lang ah dieses alarmsignal so jetzt ist Ruhe hier okidoki jetzt müssen wir da hoch aber hier sind doch noch nur ein paar die man noch machen können hat er mich jetzt gesehen er hat mich nur da vorne gesehen oh nein so alle ausgeschaltet wunderbar und euch alle schmeiße ich jetzt da runter es gibt nochmal bonuspunkte tschüss nein einen Moment so schau die Punkte lasse ich mir noch nicht entgehen wiedersehen nein was war das ich hab mich selber erschlagen zum Glück sind die alle tot wollte ich sagen aber da oben ist ja noch der ja ist es denn wahr ah das hätte ich auch besser timen können was machst du jetzt ach komm ja bring mich um bring mich einfach um das machen wir anders das machen wir auf jeden Fall anders habe ich mich selber umgebracht wie blöd kann man eigentlich sein die Situation war doch geklärt man er hält immer alles an okay na immerhin wenigstens hat das geklappt einen habe ich erschlagen boah tschüss und tschüss und du da was ist das komm weiter 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 so jetzt kann ich auch nicht mehr von irgendeinem Kronenleuchter erschlagen werden das war ja doof so das machen wir auch noch auf und auch weg so jetzt müssen wir einmal nach links und hier hoch oder so ist hier noch irgendwo eine Lüftung? Nein wow das war auch knapp der würde mich ja fassen sehen dreh dich um ui der oh no ein Kumpel Entschuldigung egal schrei ruhig dich hört ja niemand oh oh soll das auch noch schnell oh das war auch knapp achso hier kann man das verbessern nein das wollen wir jetzt nicht nein das wollen wir jetzt nicht ja wollen wir nicht das andere war weiter oben okay lauf 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 das wäre hier gewesen ach ja jemine okay vielleicht komme ich so rein ich will auf jeden Fall diesen letzten Lüftungsschacht fertig machen ah Mist nein ach man nochmal andersrum achso ich komme nicht dahin das ist ja doof okay doch hier oben lang nein wenn der mich erwischt dann ist das ganz schön doof ja da konnte ich jetzt leider nix machen aber ich fange ja zum Glück hier an dann muss ich doch was anderes machen und zwar ähm dann so eine Sabotage wir haben's also gecheckt nur ein Streichholz übrig alles klar ich denke bis hierhin haben wir uns ja doch recht gut geschlagen also hätte schlimmer sein können bin zwar ein paar mal gestorben aber das ist ja vorprogrammiert äh ja gute Folge denke ich ich hoffe euch hat es genauso gut gefallen ja danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Sonntag bei Mark of the Ninja Ringehauen Ringehauen ein es mit einem aus